Kleine, abgelegene Gemeinden auf dem Land bereiten der Politik zunehmend Sorge. Denn gerade viele Jüngere ziehen in die Stadt, weil dort wesentlich mehr geboten ist. Das liegt auch oft an den mangelnden Angeboten in den Ortskernen der Gemeinden. Läden, Treffpunkte, aber auch oft attraktiver Wohnraum sind Mangelware. Das Strukturförderprogramm ELR, Entwicklungsförderung ländlicher Raum, soll dies ändern. Dafür gibt das Land 2017 62 Millionen aus, eine der höchsten Fördersummen seit Bestehen des Programms für die Rekordzahl von 1053 Projekten. Es kann wieder eingekauft werden in der ländlichen 800-Einwohner-Gemeinde Kohlstetten auf der Schwäbischen Alb im Landkreis Reutlingen. Dank dieses kleinen Ladens, der am 1. Februar 2014 eröffnet wurde. Ob Backwaren, Mehl, Maultaschen, Marmeladen oder Milchprodukte aus regionaler Produktion, die Grundversorgung der Kohlstädter ist nach Jahren wieder gesichert. Durch den von fünf Bürgern gegründeten Trägerverein Laden und mehr und das Engagement von mittlerweile zwölf ehrenamtlichen Helfern. Grundversorgung, Gaststätten, Arbeitsplätze und Wohnen will das Land mit seiner neuen ELR-Runde 2017 zur Stärkung der Innenentwicklung ländlicher Gemeinden voranbringen. 2017 werden dafür 62 Millionen, 10 Millionen mehr als 2016 für die Rekordzahl von 1053 Projekten gefördert. Der diesjährige Schwerpunkt, Bau privaten Wohnraums. Indem wir dort auch fördern, aktiv fördern und auch die Menschen animieren, Wohnraum zu schaffen, zumal wir ja eh in eine Wohnungsnotfalle in den letzten Jahren hineinlaufen. Gemeint ist hier der zunehmende Wohnraummangel in den Ballungsräumen. Attraktives, gefördertes, günstigeres Wohnen auf dem Land als eine Alternative. Dörfer könnten belebt und die Stadtflucht umgekehrt werden. Und deshalb haben wir auch im Entwicklungsprogramm ländlicher Raum die Unterstützung privater Menschen zur Sanierung und zur Modernisierung von Wohnraum in den Innenbereichen der Dörfer und Gemeinden in den ländlichen Räumen deutlich erhöht. Wir nehmen jetzt etwa 50 Prozent aller Gesamtmittel und wenden sie hierfür auf. Gefördert werden investive Projekte von privaten Personen, Kommunen, Unternehmen und Vereinen. Eine zusätzliche Förderung erhalten Wohnbauprojekte, die innovativ auf Holz setzen. Insgesamt, so das Ziel, werde das Wohnen und Leben in den Ortskernen, dann auch die oft beklagten Einkaufszentren auf der grünen Wiese überflüssiger machen und ebenso den Flächenfraß durch Neubaugebiete. Dazu muss man in den Kommunen eine ähnliche Qualität wie in den Städten gewährleisten. Wohnen, das ist die Grundversorgung, das sind die Gaststätten, das sind die Lebensmittelversorgung, etc. Das ist Arbeiten. Wir fördern also auch mittelständische Unternehmen, die sich erweitern wollen und Arbeitsplätze halten und neue schaffen. Und auch die Gemeinschaftseinrichtungen, das sind die berühmten Dorfgemeinschaftshäuser, von denen man meint, es jede Gemeinde hätte schon eines, aber es stimmt nicht. Es gibt immer wieder noch neue Anträge. Für Kohlstetten und seine Bürger jedenfalls, da sind sich die Verantwortlichen einig, hat sich der Aufbau eines stundenweise geöffneten Dorfladens gelohnt. Immer mehr Menschen nutzen die Angebote des kleinen Ladens täglich. Der Laden ist längst auch ein Ort der Begegnung. Er bringt neues Leben in das dörfliche Zentrum.